Hallihallo liebe Leute, Willkommen zu einem MySummerCar Video von mir. Ich bin Akumis2120, ich mache Songs, Let's Plays, Crazy Unterhaltungsvideos, ja. Um was geht es um diesem Video? Kein Let's Play? Nein, es geht um die CDs. Ich habe herausgefunden, wie man die CDs verdoppeln kann, zum Beispiel hier, wo ich ein paar Lieder von mir rein gepackt habe und ein paar Lieder von einem, also für mich bekannten Amateurweiper Sativa. Die Hülle hat ja komischerweise es nicht mitgespeichert, wahrscheinlich weil ich es in einem Ordner beide drin habe, ist jetzt nicht so schlimm. Packen wir einfach mal Sativa Musik rein. So, hier ist mein Auto. Das habe ich jetzt nicht selber zusammengebaut, das habe ich, ich habe jetzt einfach ein Save Game genommen, weil es verdammt nervig, wenn man das Auto immer wieder neu aufbauen muss und man auch nicht so raus hat, was man alles für Teile benutzen muss, dann ist es besser, wenn man ein Save Game hat. Okay, ist zu. Legen wir mal die CD beiseite. Gut. Also, warte mal, ich gehe mal kurz mit meiner mal raus, um euch auch zu zeigen, dass es wirklich mit beiden CDs funktioniert. Nicht, dass ihr mir zum Beispiel nicht glaubt. Äh, äh, nur, äh, eine Sache gilt. Ich werde jetzt nicht, äh, den Link verlinken, wo ich das gefunden habe, die Mod. Jemand anders wird es schon tun. Also, jemand anders tut immer gerne Mods vorstellen und auch zeigen, wie das geht und alles. So. Ah, müssen wir sowieso anmachen. Okay. So, CD. Ups. Geht gut. Äh, äh, so. Was geht hier ab? Nein, nicht so. Junge. Mach da mal die CD rein. Ach, dann mal nehmen wir einfach die CD, komm. Das packt immer noch gern. Die CD ist rein zu tun. Na, endlich. Das funktioniert. Mit dem Mods. Geil. Dieser Track zieht dein Weg. Dieser Track zieht dein Weg. Klatsch. Klatsch. Ich bin immer noch da und habe dich eine Bitch geknackt. Du bist immer noch da und hast es nicht geschafft. Du willst es schaffen, doch du kannst einfach... Mal wieder raus mit der CD, so. Denken wir wieder ab. Und jetzt zeige ich euch, dass es auch mit der zweiten funktioniert. Tja, funktioniert echt. Tja, funktioniert echt. Oh, okay. Okay. Wow. Oh, shit. Okay. Nur einen Haufen, Scheiße, kauf mein Album Das ist ein Chancen, ein Befehl Selbst deine Mama nimmt das Ding, wie hat's noch Hip-Hop THC Hey, was geht's, du bist der Dessert Rettet deutschen Hip-Hop, bei dir fehlt's Einfach was, du bist wie Bones ohne Kick-Loch Yes, bitte halt deine Fresse, du bist einfach zu schlecht Bitte geht mir ein Versprechen, mach nie wieder Rap Du bist einfach zu wack und einfach nur so Es sei, ich bleibe unter Grund Kommt klar, ich bin immer noch da Oh Das kann passieren Ja, das speichert nicht Oh, die CT ist rausgefahren Also waren das Ah, meine Der hat natürlich noch andere Songs Okay Okay, Leute Das war's mit diesem Video, ich wollte es euch einfach mal zeigen Und ja Aber wisst ihr was Ich tue es einfach Verlinken, weil Das wäre Das wäre Das wäre ein bisschen blöd Ich zeige es euch und tue es noch nicht mehr verlinken Also Wähle ich es auf jeden Fall verlinken Also Leute Wir machen noch Ja, nochmal kurz die Musik rein Das Lied Also ein anderes Warte mal Ja, kommt das Alter, guck mich an Ich peile gar nichts mehr Bin den ganzen Tag auf Drogen und plan nichts mehr Ich hab gehört Drogen sollen schlecht sein Doch davon scheiße ich Und ziehe mir mein Peck rein Okay, Leute Bis dann Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen Yeah Ich brauche Cash Gehe los Um ein paar Runde zu verkaufen Um mich mit dem Geld am Ende wieder grundlos zu besaufen Ich bin wunderbar drauf Und meine nicht mehr Ich sag das Schö Tschö Ich drabe mich an